Nein, wir haben miteinander gesprochen und haben die Dinge, die waren einfach auch aus der Welt geschaffen. Und deswegen, wir blicken nach vorne und sind da sehr, sehr optimistisch. Was war das für Dinge? Nein, das bleibt intern. Klar, das bleibt intern. Wir haben uns ausgesprochen, es geht einfach darum, dass wir sehr erfolgreich Fußball spielen, dass wir einen großen Erfolg haben und die Dinge, die brauchen wir nicht. Deswegen ist es, glaube ich, auch für uns alle, für uns beide, für die Mannschaft, aber auch für den Verein die richtige Aktion gewesen. Und ja, von daher sind wir, glaube ich, auch beide sehr erleichtert.